Okay, aber nichtsdestotrotz Piper. Und wieder ein Absturz, das war jetzt in einer dreiviertel Stunde der sechste oder siebente. Ich weiß es nicht mehr und ich muss ehrlich sagen, ich hätte das LP so gern fertig gemacht, aber ich kann halt nicht, ich habe leider nicht die Zeit, dass ich drei Stunden aufnehmen kann, um zehn Minuten Gameplay zu haben. Es ist echt zermürbend zur Zeit, echt zermürbend. Und so sehr mir das Spiel auch Spaß macht, aber das geht halt wirklich nicht. Ah, da war die Leiter. Ja, aber hier ist eigentlich nichts, soweit ich das sehe. Ähm, wir versuchen jetzt mal ganz falsche Richtung. Ähm, ich glaube hier wollten wir hin. Ja, wir versuchen mal in diese Richtung zu gehen. Mal sehen, wie weit wir kommen, vor allem ohne Licht. Ist ein bisschen unlustig, muss ich gestehen. War das alles? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn es alles war. Danke. Ähm, lassen wir die Karte ansehen. Ein Stück weit da oben sollten wir einigermaßen trockenen Fußes übers Wasser kommen. Und zwar hier, genau. Und ich kann euch beruhigen, ich sehe gerade auf meinem OBS Monitor und ihr seht viel mehr als ich. Auch wenn es dunkel ist. Was bist denn du schon wieder Hübsches? Eine leuchtende Todeskalle. Natürlich. Und noch ein Fett. Sehr schön. Ich habe aber noch gelebt. Pipst du Übertreiberin. Sagt die Frau, die eine Nuka-Granate hier hinwirft. Weißt du? Da oben könnte die Stadt sein. Da ist zumindest eine Werbetafel. Wir wissen ja schon, wo die Stadt ist. Wir brauchen sie quasi nur noch wiederzufinden. Und das ist... Verzeiht mir, wenn ich zur Seite gucke. Aber am OBS Monitor leichter als auf meinem Monitor. Der ist ein bisschen dunkler. Da oben. Da ist der Wasserturm. Ich möchte nicht unbedingt die Gule hochjagen, die in der Stadt wohnen. Die kennen wir ja schon. Aber mit hochjagen meine ich eigentlich auf Schreck. Ich sehe halt gar nichts. Außer, dass das Spiel ruckelt. Ah, da ist... Ne. Das ist eine Laterne. Hirnpilze. Da vorne könnte das Silo sein. Dann könnte das das Haus sein. Dann müsste es hier unten reingehen, oder? Ja. No. To that. sehr schön so mag ich meine red kakerlaken hier machen wir mal auf dann stelle ich mal hier ab okay diesmal ist sie fast ganz ok warte mal ich sehe gerade dass ich das wäre besseren texturen eingeschalten habe die ich ursprünglich mal ausgeschalten habe wegen der instabilität des spiels kann ich die ja ich würde trotzdem gern hüpfen mal ein ich habe gar kein stahl mit na toll doch ich habe zwei stahl mit aber das hilft mir halt gar nix wenn wir die dann doch zur seite nehmen aber alles raus es werde licht herrlich und dann gucken wir mal für den right arm haben wir genau ein ding und das ist komplett im eimer also was soll es gibt es irgendwas was ich noch irgendwie reparieren kann ne ok das heißt wir müssen wohl mit dieser power armor jetzt vorlieb nehmen solange wir keinen stahl aber wir haben wieder licht seht ihr ist ja auch schon was wert und wir haben das haus hier freigeschalten auf der karte ja das heißt diesen können wir wieder entfernen dann würde ich speichern da wir ja super toll stabil jetzt unterwegs sind und mich mal zum parlor bringen begeben auf den weg machen whatever und mal sehen was wir jetzt hier so noch anstellen können es steht uns noch ein zweiter indoor kampf bevor oder oder haben wir schon alle drei ne ist parlor war doch erst das zweite oder naja Sonnenaufgang danke zumindest 52 Schuss ok soweit so alles durchgeladen was du nicht sagst Pöppchen Hoppla Kommt Wir müssen zu einer flippen Wir müssen zu einer flippen Hoppla Und kippen Blasen Jetzt bin ich wick Jetzt bin ich wick Dann halt den Kopf Jetzt bin ich an der Reihe Wow Du musst mich doch verscheißern, oder? Na, endlich ist der Kopf ab Du musst mich doch verscheißern, oder? Oh, tschüss Tut das nicht weh? Macht nix Du musst doch nicht mehr laufen Und? Sehr schön Was ist mit deinem Bein? Ist es kaputt? Und? Na komm schon Jetzt trifft, Baby Hm, glaub ich nicht Fangen In drei Zwei Eins Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? In meiner Gesellschaft Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört Overkill? Hm, kann sein Haufen Leichen hier Haufen Leichen hier Hier hatten wir sonst nix mehr, oder? Weg Dankeschön Danke Okay Oh, da hat sie ihn aber erwischt Vielleicht sollten wir speichern Ja Erzähl das bitte nicht mir Ja, da drin müssen wir noch rein Oh Gott Ich hasse es jetzt schon Piper Kommst du mal Mädchen, hier bin ich Piper Komm hier Gern doch Ich würde hier nur ungern allein hochgehen Von daher ausnahmsweise Nehme ich die kleine mal mit Äh, wie? Gate? Okay Okay Aber nichtsdestotrotz Piper Drei Immer in einem Stück So Tschüssi Tschüssi Komm mal hoch, Digga Hopp Alter Willst du mich verscheißern? Dann Gut, Pips Schaffen wir das zu zweit? Ich weiss Ich weiss es nicht Ich möchte wissen, was ich tun würde, wenn ich nicht so viel Munition für den Nucle-launcher hätte Dann Dann Ja, überschreiben Und Ab ins letzte Gefecht Puh 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 Okay, hier oben ist alles ruhig Nett Dann Das Ding ist besser erhalten als erwartet Nehmen wir Nehmen wir Hier habe ich mein Zeug abgelegt, oder? Ja Nehmen wir alles mit? Ne Sicher nicht, aber es ist noch hier Cool Ähm, das finde ich persönlich sehr nett Radex werde ich hier jetzt nicht so brauchen, aber Ja Steampack wahrscheinlich schon Noch mal speichern Papa, kommst du rein? Mädchen Mädchen Was gibt's denn zu tun? Komm her Gut Ich mag das nicht mehr alleine machen Okay, jetzt rund Gar nicht? Ach nee Das war ja da hinten Ich bin Eumel Das war ja quasi meine Base Aber ich finde es cool, dass er oben Eigentlich Mir nichts getan hätte Ich bin immer noch mal Ich bin immer noch mal Ja Ich bin immer noch mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020